Hallo Leute, recht herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Origins. So, es hat sich einiges getan seit der letzten Folge. Ich muss sagen, wir haben ganz schön viele Quests bekommen. Was da wären... Schauen wir doch mal. Gennadius, der Pyla... Ticktei, keine Ahnung. Ist eine Hauptquest Stufe 11. Ende der Schlange, Hauptquest Stufe 12. Ah ja, Hauptquest Stufe 12. Also wir haben richtig was zu tun. Drei neue Quests bekommen. Ich würde sagen, wir machen aber hier weiter, weil wir Stufe 11 sind. Und wir sind auch Stufe 11. Finde und eliminiere Gennadius. Ist der bei den Zielen dabei? Gennadius. Na, der ist nicht dabei. Die Schlange kann es fast nicht sein. Aber der Quest werden wir jetzt mal nachgehen in dieser Folge. Aber erst werden wir mal die Truhe hier snacken. Okay, wir haben auf jeden Fall wieder ein Speer bekommen. Und ich muss sagen, ich habe jetzt einige Speere. Die alten habe ich jetzt zerlegt. Vielleicht, dass wir mal ein bisschen Materialien rausbekommen. Wie kommen wir jetzt überhaupt hier wieder raus? Mal schauen hier. Ich denke mal, hier wird es nicht rausgehen. Hier sind wir gekommen. Vielleicht können wir hier hinten raus. Ich denke mal, wir müssen hier raus. Was ist das? Verlassen. Gehen wir mal da lang. Ob wir da rauskommen. Gehen wir mal da raus. Okay. Dann sind wir schon draußen. So, Gennadius sucht in Ost-Alexandre nach Aya. Aya ist ja unsere Frau. Und die wird er natürlich nicht finden. Weil vorher werde ich den Typen wahrscheinlich killen. Wir machen hier schon wieder alle Quests in der Alexandra. Ich wollte aber eigentlich erst den Vorort da machen. Hier gibt es auch schon wieder Quests. Ich nehme jetzt hier nichts an. Weil ich will erst, ich werde es jetzt hier abschließen und dann im Vorort weitermachen. Aber es wird bestimmt wieder was kommen, dass wir, wenn wir das Gebiet hier verlassen, dass wir dann bestimmt irgendwie so ein Sternbild machen müssen. Und das mache ich natürlich erst dann, wenn wir hier alles abgearbeitet haben. Neuer Ort entdeckt. Grabmal von Alexander dem Großen. Schauen wir doch mal, ob wir den jetzt hier killen können. Der wird wahrscheinlich gut bewacht sein. Es ist ruhig heute. Wusstest du es nicht? Iodoros ist im Badehaus. Ach, natürlich. Der Palast ist hier. Badehäuschen. Badehäuschen. Das war's für heute. Okay, da haben wir schon das Ziel qualisiert. Alles klar, dann schauen wir nochmal dahin. 199 Meter noch. Die Stadt ist mega groß. Das wird aber Sperrzone sein, Sperrgebiet, ja. Und da oben ist es auch schon. Okay, hier können wir nicht hoch anscheinend. Aber da oben könnten wir lang. Ach, was ich immer mache hier mit dem Gleichdrücken? Okay, der ging relativ einfach. Boah, fuck, 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 fuck. Boah, schon war Bayer, was? Boah, was ich? She's in the of me. Boah, what the fuck? Okay, das muss ich anders machen. Dann muss ich mir ran schleichen an den Penner. Das muss ich anders machen. Wie mache ich denn den am besten? Schlaf dir aus. Dann geht's. Dann geht's. Das war's. Wie du befehlst, Fila Chitai. Das ist ziemlich weit unten. Der wird hier drin sein. Da unten steht er. Da unten steht er. Das war's. Ja, 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 ja. So, totbeschädigen haben wir doch. Ja, Baby. Warum schickst du mich in die Gefilde der Toten? Du wolltest meine Frau töten. Deine Hure von Vibe ist eine Mörderin. Vorsätzlich und unverhohlen. Ich tat nur meine Pflicht als Philakitai. Und dafür nimmst du mir jetzt mein Leben? Steht deine Rachsucht über dem Gesetz, Magi? Boah, geil. Die Philakis werden dich aufspüren und dann nehmen sie Blutrache. Möge der Verborgene dich begrüßen. Der Fürst Eduard erwartet dich. Geile Sache. Was ist los? Ja, passt. Hm? Ja. Wer soll denn kommen? Okay, der Quest ist abgeschlossen. Hasi hat gerade gesagt, sie kocht. Ich muss ja mal zum Essen gehen nachher. So. Schauen wir uns doch gleich das nächste Ziel an. Oh, die nächste Quest sozusagen. Ende der Schlange. 530 Meter. Finde die Kammer des königlichen Schreibers. Okay, schauen wir doch mal, wo das... Komm, aber erst schaue ich nochmal hier hoch, weil ich habe die Leute gekillt hier. Nein. Mach dir den! Die haben bestimmt auch noch hier Loot liegen lassen, ja. Okay, 530 Meter in die Richtung. Oh, 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 oh. No, oh, oh, oh. No, oh, oh, oh. große synagoge jetzt level 12 muss ich mal schauen ob ich das schaffe überhaupt wird es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger werden ok hier sehen wir schon ja Ah! Okay, ganz schön weiter Weg noch von hier. Vielleicht können wir die alle ein bisschen Stealth mäßig ausschalten. Ein bisschen zu weit weg. Ich bin ein bisschen zu weit weg. Die haben aber nichts dabei zum plündern oder sowas. Kommst du oder kommst du nicht? Kommst du, kommst du, kommst du, kommst du. Alles klar. Jetzt müssen wir mal schauen, wo der sich versteckt. Wahrscheinlich, dass wir 5000 Wachen dabei haben. Erstmal werde ich mir den hier krallen. Scheiße. Oh! Oh! Ja! Ja! Ok das läuft doch, muss man nur schauen wie ich in den blöden Palast da reinkomme und durch die Haupttür wäre ich wahrscheinlich nicht gehen können, dann schauen wir mal, vielleicht gibt es irgendwie einen Eingang von oben oder so, sieht eher nicht so aus, ok werde mal mit dem Vogel lang gehen Geht's denn vom Dorf hin? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja. Das war's. Das krieg ich leider noch nicht. Ah doch, jetzt geht's okay. Oh, Alter. Was soll ich das denn machen, dass ich da reinkomme? Ich hab jetzt auch keinen anderen Weg gesehen da rein. Ich hoffe mal, dass ich jetzt nicht wieder komplett von vorne anfangen muss. Ach, okay, oder? Ja. 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 Das war's für heute. 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 Das war's für heute.